Mein Name ist Fabian. Ich bin hier Angestellter bei Marc Mertens in der Landwirtschaft. Ich bin jetzt inzwischen seit anderthalb Jahren oder sogar schon ein bisschen länger hier, habe meine Ausbildung hier im dritten Lehrjahr verbracht, bin quasi mit der Kartoffel ein bisschen ran gewachsen. Sozusagen war für mich damals auch alles ein bisschen neu hier mit dem Kartoffelanbau und seitdem ich jetzt meine Ausbildung diesen Sommer beendet habe, kommen dann auch immer mehr Aufgaben für mich dazu, wie zum Beispiel das Roden der Kartoffeln seit dieser Woche. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem AVR Puma hier, Nummer 4. Da ist auf jeden Fall bisher gute Arbeit in meinen Augen und ganz vorne haben wir quasi einen Krautschlägel, der macht da ein bisschen Vorarbeit, häckselt oben das Stroh, das Laub der Kartoffel ab. Dahinter kommen dann quasi die Dammtrommeln mit Scheibensächen an der Seite, schneiden da ein bisschen zwischen den Dämmen quasi. Dann kommen die rote Schar und von daraus geht es quasi auf die Siebkette, also auf die Grabkette, die erste. Dann kommen Siebketten, darauf wird dann quasi die Erde rausgeholt, die erste grobe Erde. Auf dem Weg dahin kommen dann nochmal Walzen, die dann Kraut entfernen ein bisschen, also Zupfwalzen. Und dann geht es auch schon fast hinten auf den Igel, wo dann nochmal Erdknubbel und auch Laub sowie Unkraut ein bisschen rausgeholt werden kann. Und dann geht es quasi von da aus direkt übers Band weiter ins Bunkerbefüllband und dann in unseren Bunker hier rein. Acht Tonnen gehen da rein, das weiß ich. Die Geschwindigkeit ist natürlich abhängig, wie schnell lasse ich den Arm laufen. Man kann hier verstellen, wie schnell soll der Bunkerboden laufen. Das kommt bei uns immer darauf an, wenn zum Beispiel noch viel Erde im Bunker ist, haben wir die Besonderheit, dass wir eine offene Elevatorkette haben. Das heißt, bei langsamer Überladung kann da noch ein bisschen Erde rausgeholt werden. 16 Kameras haben wir hier, damit man quasi alles im Blick hat, von der Rückfahrkamera zur Kamera an der linken Achse und quasi eine Kamera an jedem Band, beidseits. Hat man alles dauerhaft quasi im Blick mit, kann Probleme dann, die hoffentlich nicht entstehen, frühzeitig erkennen und auch immer die Qualität der Kartoffeln, also unserem Endprodukt quasi, kontrollieren. Unser Betriebsschwerpunkt, der liegt quasi auf dem Ackerbau, im Kartoffelanbau. Wir lagern auch unsere Kartoffeln ein, Sorten hauptsächlich Challenger, Fontane und auch dieses Jahr mehr Amarquise dabei. Fontane roden wir die Kartoffeln Fontane. Das ist eine sehr bekannte Sorte eigentlich. Für eine vielfältige Fruchtfolge haben wir da auch noch Getreide im Anbau, also Weiten, Gerste und Raps, sowie Zuckerrüben, die wir dann hier in der Nähe direkt zur Fabrik liefern, auch mit einem LKW selbst anliefern, beim Maschinenring quasi, der dann die Rüben verlädt. Genau, da fahren wir die Rüben dann direkt rüber nach Jülich zur Fabrik. Auch in der Vermehrung der Kartoffeln sind wir ein bisschen tätig. Also wir haben ein kleines Kühlhaus am Hof, wo wir dann auch selber Pflanzgut vermehren können, unsere Kartoffeln. Die sind in der Regel immer die ersten Kartoffeln, die dran sind zum Roden. Die werden relativ früh gerodet, damit die relativ klein bleiben, damit man schöne Qualitäten und Pflanzgut hat, gleichmäßige Qualität und schöne Sortierungen. Gerade hier auf dem Roder erkennt man auch wieder, dass es relativ ordentlich in der Anwendung tatsächlich, also der Bildschirm hier unten ist bei allen Geräten gleich, von Stufzbunker bis Förderbänder über alle hinweg. Man kann immer durch die verschiedenen Fenster hier tippen, quasi immer den gleichen Anbänderbildschirm. Daher leichte Anwendung auch für Neulinge. Durch die Hinterradlenkung hier an dem Roder hat man natürlich auch im Feld einen super kleinen Wendekreis. Wenn man da ein bisschen geschickt an die Sache rangeht, kann man da auch am Vorgewende ein bisschen den Hundegang einlegen, noch was bodenschonend dabei arbeiten und das macht aus diesem förmlich scheidenden starren Komplex ein sehr wendiges Teil. ... ... ... Ja, ja.